Kleine Warnung, folgendes Video ist Teil eines Streams, welcher früher im Jahr kam, deshalb wird einiges zeitlich nicht passen. Seid gewarnt. Woa, ist das das Legendary Wall? Warum, du hast dein Eier auf den Boden, ich sehe. Das ist, weil sogar die Storytellern sprechen. Alle sind nach einem Stück von der Wallen. Es ist super-famous. Das ist, weil diese Wallen schreibt Leo's secrets. Merchants haben immer immer getrennt zu secrets. Aber die Secrets des Merkantile-Wirld sind kein Interesse für dich, oder, Traveller? Du bist ziemlich speziell, wirklich, und ich denke, dass du ziemlich bewusst bist. Wenn möglich, würde ich deine Hoffnung haben. Aber wenn du dich wählst, der mich zwischen mir und Kuching wählst... Haha, du wählst Kuching? Na, ich hatte ein Gefühl. Ich dachte, sie ein bisschen zu schwer-fassend. Mit jemandem von ihrer Charaktion auf der Chi-Sing, habe ich ein paar extra-faschen, um hinter den Spielen zu spüren. Aber nachdem sie diese Worte gesagt hat, der Zeit des Adepti hat lange übergebracht. Wenn sogar die Li-Yu-Ai-Chi-Sing nicht wollen, dann was für Li-Yu-Ai ist da für Li-Yu-Ai? Ja, ich muss sagen, dass ziemlich viele von meinen Gefühlen wurden verletziert. Ich kann nicht verletzen, dass Rex Lapis' Passung für uns verletzend ist, aber für Li-Yu-Ai-Sing, wir können uns nicht verletzend sein, dass wir uns verletzend werden können. Ich kann nicht verletzend sein, dass ich von dem ersten Mal verletzend bin. Ich versuchte für die Gag-Order und für die Exuvia zu werden, um temporärlich stabilisieren die Situation zu verletzend. Ich kann nicht verletzend sein, dass der Fall in Mondstadt stattfindet. Mit dem Tod der Rex Lapis' Passung, die Fatui haben sich verletzend mit vielen klandestine Ärzten, außerhalb ihrer Diplomaten. Als die Tianchuan, der eine verletzend für Li-Yu-Ai-Sing, kann ich nicht zu verletzend sein, wenn sie zu verletzend sein. Verletzend das Recht der Parten zu verletzend war, war auch ein paar Zeit für uns zu kontrollieren von Li-Yu-Ai-Sing. Das ist genau so wie Jean-Li sagte. Die Chie-Sing hat nur die Verletzend für ihre Reine gegeben, sodass sie uns nutzen können für ihre eigenen Enden. Warte, das stimmt! Speaking of Enden, kann ich noch etwas anderes sagen? Natürlich. Die Biemann hat gehört, dass jemand, der eine Anruhe zu verletzend bekommt ein bisschen was in Rechnung. Also, das ist das uns? Das ist gut. Ich liebe die Leute. Na gut, wir haben noch ein paar Probleme für dich vorhin. Wie ist das? Du kannst hier einen Objekt wählen, wie du möchtest. Und du kannst ihn mit dir nehmen. Ja! Heimann, ich war nur für dich, um das zu sagen. Mal schauen, was wir bekommen? Ja! Eine der Biemann auf dieser Seite! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Eine dieser Biemann wird für eine Biemann verkauft. Eine dieser Biemann verkauft, wenn es nur so groß ist wie die Biemann's Fingernail. Mal denken, wie viel mehr ein Biemann verkauft wird? Ich verstehe, was es da unten? Und es ist eine... Ich glaube, dass es die Biemann war. Abseits! Eine dieser Biemann auf dieser Biemann auf der Biemann ist. Hmm? Das war eine einfache, hat die Biemann auf der Biemann. Du kannst du eine Biemann auf der Biemann. Na gut, es ist eine Biemann bei der Biemann auf der Biemann. Ah! Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. A sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a cheating spy discovered traces of classified Fatui research on the sigil of permission. Oh, Lingkwang did say that the Fatui and we have been up to all kinds of mischief in the shadows of Lilith. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go there? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Lingkwang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. I don't know. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Um, before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Alright. They really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And, uh, they look really mad at us, too. Oh, thank you. It's time for the Flash break. Leave it out to me! Ho! Oh oh scheiße oh scheiße was kann jetzt mit einem ewig spattern hier ist einfach nur drauf schießen Ich glaube, dass die Wange ist, muss ich wissen, was ich. Alter, es reicht! Almost. Let it rain. Oh my goodness. Wait. Oh, this isn't good. She just... Oh, this is sick. Oh, what? Not breaking a sweat. Oh, and weck bist du. Oh, and natürlich haben wir auch so'n Feuertypen. Mein Abt ist guter Favorit, den ich die liebe. Oh, okay. Ah, das ist super nervös. Ah, das ist ja lech. Also, let's go. Ah, das ist ja lech. Ja 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 ja. Er ist gut. Er ist gut. Der Typ NERVT MIIIIICHCH! Viel Spaß im Eck! Halleluja! So, jetzt wieder heilen! Gut, dass ich gestern genug zum Essen gemacht habe. Oh, ja. Jesus! Wir haben so viele Talismans hier! Und ich habe noch nie gesehen, dass... Oh, Piner-Nose! Es sieht genau wie die Sigil von Permission, die Kind hat dir gegeben! Hm, aber wie hat ein Relic von der Adepti endet in die Hand von jemandem wie Kind? Oh, das stimmt! Bäh! ...Kloud Retainer sagt, dass wenn das Lord of Teo create das Sigil von Permission, das nicht so wie ein Relic ist. Talismans wie das, ...wennst du in die Archon war, ... zu Channeln divine Powers! Vielleicht die Fatui, ...zum das Sigil von Permission, ... in hopes of eschieing ein ähnliches ist. Dass sie schon so für Channeln divine Power in den BATTLE... ...Wäh! Das hört sich ziemlich gefährlich! Und der Plot wird es abgeholt. Wir brauchen einen Blick auf die Kinder, das ist sicher. Okay, das ist genug, um hier zu stehen. Wir müssen mit Zhongli treffen. Der letzte Stopp auf der Parting-Preparations-Tour ist Tihua-Marsch. Los geht's, ich bin ein Hates, um zu spät. Okay, los geht's! Genau. Ich habe mir selbst nur ein paar Minuten gelesen. Hast du deine Besuchung in die Jäde-Chamber? Es war so groß und schön und günstig. Paim hat noch nie gesehen, dass ich so schönes, schönes Ort gesehen habe. Wahrscheinlich. Es ist ein zweites in allem Liyue. Dann hast du mit Ningguang gesprochen, glaube ich? Was hast du mit ihr gesprochen? Sie ist super rich und so generös. Paimon denkt, dass sie sehr freundlich ist. Ja, ihr take auf Ningguang ist ziemlich unterschiedlich von Paimon. Sie denkt, dass sogar die Takt-Less Yuhang ist mehr glaubwürdig, als sie. Oh. Also, Sie haben Sie auch mit Kuching gesprochen. Was hat sie gesagt? Sie sagte, Die Zeit des Adepti hat lange lang gedreht. Wenn sogar die Liyue-Chi-Sing nicht wollen diese Wahrheit, dann was für die Zukunft ist da für Liyue? Hm. Und zwar sie ist freundlich. Es gibt keine Art und Weise. Es gibt keine Art und Weise. Es gibt keine Art und Weise. Was ist die wichtigste Sache für sie dann? Warum, Mora, natürlich. All Ningguang hat gesagt, war das Fethui das und das Fethui das. Sie hat gesagt, dass nach Rex Lapis wurde murdered, die Fethui immer wieder versuchen, ihre Finger zu Lele zu spüren, und dass sie nicht gezwungen sind. Das ist wie die Fethui immer war. Es tut mir nicht zufrieden. Hm. Nichts, was sie zu planen, muss man vorsichtig sein, wenn sie mit den Fethui beschäftigen. Always be on your guard. Also, ist es etwas, was wir brauchen, für das Recht der Partie in D.O.A. Marsch? Ja, es gibt es. Heute werden wir die Wild Glaze Lilies. Glaze Lilies? Warum sind wir hierher gekommen? Wieso sind wir hierher gekommen? Wieso haben wir die Wilde? Wieso haben wir die Wilde? Wieso haben die Wilde? Oh, genau. Pima remembers, dass Madame Ping immer immer die Wilder zu spüren. Vielleicht können wir sie fragen. Nein. Die Wilde haben alle die Wilde gespüren. Sie werden nicht alles tun. Die Wilde sind immer die Wilde. Die Wilde sind immer die Wilde. Es ist eine Art der Worte, die die Menschen hören. Immer sind die Wilde sind immer die Wilde. Diese Lilien haben die stärkste Fragrance. Wenn wir folgen der true Tradition der Rite der Partung haben, müssen wir die Wild Lilien aufbauen und die Powder in eine Sensor von Everlasting Inscenzen geben. Aber ich brauche deine Unterstützung in die Blumen zu holen. Nein, ich brauche Sie zu singen. Singen zu den Blumen wird sie mehr Fragrant machen. Uh, so wie gut ist dein Singen? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know when she starts singing. Okay. Es ist Zeit zu singen, wenn du bereit bist. Oh nein! Das war nicht Glazedlilie. Dieses kleine Monster ist wie eine Whopper-Flauer. Hmm, strange. Diese Pettel sieht interessant. Die Glazedlilie, die benutzt als Geschenk, wurden zu lange mit der Whopper-Flauer gegründet. Das Ergebnis scheint zu haben eine unglaublich wesentliche Qualität. Wir holen was von diesen Pettel. Das ist schön und alles, aber diese Pettel sind gut für die Reine der Parten? Unfortunately, nein. Das ist so schade. Entschuldigung. Was ist das? Oh, was ist das? Oh, hey! Das ist... Westerface! Hallo, Traveller. Ich bin froh, dass du noch mein Name noch nicht erinnerst. Oh, das meintrekt. Wie war deine Veranstaltung in die Jade-Chamber? Es wäre sicher besser gewesen, wenn du uns gesagt hast, wie du da nach oben gekommen bist. Ich habe dich nicht erzählt? Ich habe sicher gesagt. Nein, wir haben die Weg gefunden. Oh, ich verstehe. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich bin froh. Ich bin froh. Oh, Ganyu. Ah, etwas sieht etwas aus, Ganyu. Sie ist anders als die erste Mal wir uns treffen. Wo ist sie jetzt? Oh, ich habe dich in der Zeit als die Tienchen kennengelernt. Aber jetzt bin ich einfach auf eine Stolte um die Blätter zu sehen. Du kam all die hier her zu sehen, die Blätter? Warum nicht nur die Garten der Stadt? Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first seven. The other five, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current seven Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Leua had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This... this is a little sudden. I... As a mortal, I've never dared to imagine a Leua without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Leua's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I... I am a mix of human and Chilin. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Leua during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Chising. I've continued those duties to this very day. Well, uh... let's save that conversation for another day. Okay. You say that you are here looking for Glaze Lilies? I also know where wild Glaze Lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here. You may have it if you wish. Heh. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Leua ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking Glaze Lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Lele. Heh. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? John Lee sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Lele at Harbour now. Huh? What happened? The city gate is swarming with Millilith and... Bufitui? Oh, great. This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. We should ask around a little. Just to be safe. Ah, you're the consultant to Wongsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The adepti of Zhiyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo Archon. If the two sides come to blows, Liu'i Harbour will be in no position to stop them. Surely the Liu and Qixing are not the sort to give in so easily. Hmph. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? Ah, that's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liu'i Harbour. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Okay. Oh, yeah. Okay. So. Aha, that looks interesting. Group Stufe 69. Let's go. It's silent. Hmm. We can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora! It's like a dream come true! Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Oh, that's the reality that I've got to go. You've already fulfilled your task as guides. So why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsuritsa herself. But now, you're nothing but Dross. And you're in my way. Huh. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location. Don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora mince. Hiding away the Exuvia. The Chisinger really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? Huh. As one of the eleven Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsuritsa fulfilled. She will get that which she desires. Huh. I'm not asking for your blessing. And there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsuritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure. And one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? Haha. You could say that. When Signora offended the deities outside the Cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along. To feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway. Because if you ask me, without that, what else is there? I can't believe this. I can't believe this. I can't believe this. Now, let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me! und ich höre ich was ich möchte gar keine Ausflug St die Erschwerte zu haben du willst auch so 1 die Studie zu einer Das ist ja nicht so schlimm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich würde dich mehr nehmen. Haha, gut. Oh. Okay. Okay. Okay, jetzt kann ich mir das schon wieder weg. Okay, jetzt kann ich das schon wieder weg. Aber kannst du ja dann mal gut. Oh fuck. Dann gehen wir uns mal das. Und dann gehen wir uns... Na komm, einmal das ist da. Und dann gehen wir uns das da verschieben. Alter, viel viel Damage der kassiert. Jesus. Jesus. Tschüss. Haben das wir gerade selbst als Songli eingetreten? Das ist so schlimm. Und dann gehen wir uns mal wieder zusammen. Oh, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Verrückt jetzt wie eine riesige Begründung. Das ist so schlimm. Du bist alle Menschen, das wissen. Das sollte man erwartet. Das ist so schlimm. Was ist so schlimm. Was ist so schlimm? Was ist so schlimm? Was ist so schlimm? Oh, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Du hast mich zu tun. Du hast mich vorgetan. Nein. Was ist so schlimm? Oh fuck. So nie, wir könnten eine Hilfe gebrochen. Oder irgendjemand einfach. Oh fuck. Der Graf. Der letzte unter den... Oh, ich warte, das muss ich fertig lesen. Ey, Sachbeschädigung! Oh fuck. Du bist in der Gnosis vor mir, nicht? Oh fuck. Du hast einfach schneller geflogen? Oder... ... du lebst die Informationen über den Golden House auf mich? Keine Worte. Keine Worte. Die Worte ist vorbei. Jetzt. Jetzt. Ich mache mich von dir. Wir haben nicht das. Ich mache mich von dir. Ich mache mich mal. Ich mache dich. Ich mache mich. Ich mache dich! Ja, ich kann ja auswählen gerade. Oh, f*** mein Leben. Was bist du denn für einer? Alles klar, das hat Aua gemacht. Gut, der Scheiße, da wir hier High-Items gemacht haben. Oh, f***. Oh, f*** ich hier. Lass es alles zu mir. F***. Aua. F***. Oh, oh, das wird... Au. F***. F***. Aufwärm. Schau, die Kinder wieder zurück zu normal. Aufwärm. Okay, dann. Zeit, um zu schäuern. Es scheint, dass die Bedürfung der Foul-Legasie-Transformation zu groß war für mein Körper war. Ich habe die Möglichkeit, das zu verstehen. Und jetzt, dass ich das Thema mehr aufhören, hast du niemals eine Chance gehabt, mich zu den Gnosis. Du hast keine Verbindung mit den Gnosis, egal wo es wurde. Das ist das, was wir versuchen, dich zu erzählen! Wir haben es nicht! Ich nehme es! Deine Gelegenheit heute viel über das von Signora's initiale assessment von dir in Mondstadt. Sag mir, wie es das sein könnte? Du schon wissen die Antwort, nicht wahr? Ich kann es sehen in deinen Augen. Aber wenn das ein Geheimnis, das du möchtest, dann muss ich nur meine Wunschung aufbauen. Diese Kampf hat mich bereits zufrieden. Jeder, der sich als ich zu werden, um stärker zu werden, wird ein Freund sein. Auch wenn unsere Freundschaft nur in der Kampf gegen einen anderen sein kann. Ich bin sicher, dass das nicht die normalen Weg zu machen, um Freunde zu machen. Ich muss diese Konferenz zu Ende bringen. Meine Aufgabe immer beherrscht. Und, dass die Gnosis nicht von jemandem genommen wurde, dann müssen wir wieder nach dem Beginn schauen. Vielleicht war es nie in der Exuvia zu Beginn. Ich bin sicher, dass die Exuvia einfach nur eine Diversion von einem solchen. Was? Also, du meinst, dass... Ja, es scheint so. Interessant, zu sagen. Es scheint, dass die Guardian-Deität der Kapitel des Kommersen ist auch gut verset in kleine Maneuversen, beyond die Boundaries von Kontrakten. Und, wie gesagt, wir müssen jetzt auf unsere Backup-Plan schauen. Backup-Plan? Ich habe mir gedacht, dass es nie so kommen würde, denn die Wege werden in der Prozesse geöffnet werden. Die Wahrheit ist, dass der Welt an diejenigen, die in die Kraft zu suchen. Ich selbst nicht bereit bin, mich mit den Wege. Unfortunately, wir können uns nicht über unsere Methoden als Fatui-Harbinger. Die Kinder müssen alle lernen, zu essen zu essen, irgendwann mal zu essen. Also, was du planst, zu machen? Ich wundere den Gott, der liegt unter Gouyen-Stone-Forst. Ein Gott? Oh, Siel, Overlord von der Vortex, der wurde von Morax, der Geo-Archon in der Archon-Ware. Und der bleibt unter den Wagen von der Geo-Archon-Stone-Stone-Seine. Oh, nein. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh.